dp audiobooks präsentiert das kleine hotel der weihnachtswünsche geschrieben von nadine marie gelesen von tanja lipinski wir wünschen viel freude beim hören prolog ich es gibt 15 disney prinzessin richtig tochter was ist jetzt deine mission ich ich zähle die disney prinzessin 15 also tochter bist du lust es sind zwölf ich und anna und elsa und raya also 15 sohn was gibt's zum mittag tochter es sind zwölf ich 15 sehen tochter du bist halt kein richtiger fan tür knallen tür aufreißen ich und du bist noch viel weniger fenniger tochter ich glaube es hackt ich du weißt schon dass das alles in meinem buch landen wird tochter safe tür knallen tür knallen ehemann nicht knallen geräusch einer sich öffnenden packung vanille kapitel 1 l wie luxus lollipop eis sein kuss ist süßer als apfelkucheneis süßer als zuckerstangeneis heidelbeereis kirscheis und mangoeis wenn du dich entscheiden müsstest wäre er deine wahl hey tom ein moment bitte keuche ich ins handy gleichzeitig versuche ich auf dem glitschigen boden mein gleichgewicht zu halten zerre den rollkoffer hinter mir durch den schneematsch stemme mich dem sturm entgegen und schütze mein gesicht vor den pieksenden graupelstücken und weit und breit kein taxi nur dunkle nacht vielleicht sollte ich einfach wieder umdrehen und mit dem nächsten zug nach hause ins garantiert schneefreie berlin fahren was für eine blöde idee eine woche vor weihnachten in die berge zu wollen wo doch jedes kind weiß dass hier die elemente toben nur vermutlich würden diese auch auf der rückfahrt so weiter toben und meine fahrzeit damit verdreifachen der hinweg war zumindest schon mal doppelt so lang wie geplant so ein mist aber auch apropos mist tom bist du noch dran warm brummt mir seine stimme aus dem handy entgegen dass ich fest auf mein ohr drücke um über das sturmgetose hinweg überhaupt etwas zu hören lachst du mich etwa aus vor wut stampfe ich mit dem fuß auf schwerer fehler schneematsch spritzt mir bis zum kinn das ist alles deine schuld tom lacht umso mehr was genau ist es dieses mal also ich meine meine schuld die sache mit dem spontanen besuch der eismesse in freiburg hast du dir selbst zuzuschreiben und dass wir noch kein ziel für unsere flitterwochen haben liegt auch an dir den schuh ziehe ich mir nicht an oha ich sehe scheinwerfer näher kommen moment schreie ich ins handy und kämpfe mich tapfer vor bis zur kante des gehweges taxi brülle ich dem auto entgegen genauso wie ich es dutzende male in einschlägigen new york film gesehen habe der autofahrer kennt diese anscheinend nicht mit unverminderter geschwindigkeit brettert er an mir vorbei und hinterlässt als groß eine nasskalte pfützendusche die meiner hose so richtig den rest gibt und mir freiburg ist halt nicht new york und nicht jedes auto das aus dem dunklen nichts auftaucht ist ein taxi bin wieder dran unzufrieden mit mir und der welt hocke ich mich auf den koffer ist doch ohnehin egal wenn ich hier einfriere merkt doch keiner wie es aussieht verbringen sämtliche freiburger ihren abend lieber zu hause in ihren kuscheligen wohnungen als mir gastfreundschaft zu erweisen oder sie brettern blind für bedürftige fußgänger mit ihren autos durch die gegend und taxis haben sie offensichtlich auch noch nicht erfunden schick mir ein taxi nett gemacht mein schatz mit sahne oder himbeerstreusel wie kann dieser kerl im angesicht meines unglücks nur so fies sein kannst du mich mal bitte ernst nehmen ich bin deine verlobte ach sonny du brauchst mir gar nicht kommen mit sonny und deiner netten stimme und deinem seufzen und deinem augen verdrehen ich höre das alles sehr genau und ich sehe es es ist kaum zu glauben aber das grieselige schneematschgegraupel wird noch dichter wäre ich bloß daheim geblieben in meinem geliebten schneeflöckchen bei den gästen meiner wunderschönen eisdiele betone ich nicht immer wieder dass sie neben tom natürlich das wichtigste ist in meinem leben dass ich nichts mehr liebe als eiskreation zu zaubern und damit meine gäste aus ihrem alltag in eine kunterbunte welt zu entführen mir ist kalt und ich bin müde ich habe hunger und mir tut der hintern weh außerdem ist meine hose nass gespritzt meine schuhe voller ekliger grauer schneepampe und meine mütze habe ich im zug vergessen und du weißt was das bedeutet alle ich meine wirklich alle sehen meine vermurksten roten haare mein zopf glimmt geradezu wie einer dieser leuchtstäbe tom schweigt kurz vermutlich wird ihm eine jammervolle lage jetzt erst richtig bewusst komm schon sunny du lässt dich doch sonst nicht so leicht unterkriegen sieh dich nochmal richtig um dann findest du bestimmt den taxistand wie ich dich kenne stehst du an irgendeinem seitenausgang weil dir dort die tür besser gefallen hat da ich gerade selbst auf die idee gekommen bin in der dunkelheit nach dem leuchtenden schild des taxistandes zu spähen lasse ich toms kommentar mit der schöneren tür unkommentiert immerhin hat diese tür mit einem riesigen plakat dazu eingeladen den schwarzwald von seiner romantischsten seite zu erleben dass dahinter das kalte grauen lag hat leider nicht darauf gestanden in der tat sehe ich links von mir lichter also nehme ich meine restliche energie zusammen und stapfe in die entsprechende richtung das da vorn sieht aus wie ein taxistand brumme ich ins handy tom atmet hörbar auf na siehst du schließlich nimmst du selten den geraden weg wenn es einen vielversprechenden umweg gibt haha sehr witzig ich stecke dich kurz ein entnervt schiebe ich das handy in die jackentasche und zerre nun mit beiden händen den koffer dessen rollen sich immer stärker mit schneematsch zugleistern eine tröstliche reihe von taxis erwartet mich und ich steuere auf das erste zu noch ehe ich die beifahrertür öffnen kann wird diese von einem mann in einem dunkelgrauen mantel aufgerissen für einen augenblick fühle ich mich geschmeichelt dass er mir die tür aufhält doch da ist der kerl schon ins taxi gestiegen und knallt sie mir vor der nase zu ich sehe sein profil durch die scheibe während er dem fahrer anweisungen gibt nein mich packt ein flashback und schleudert mich meilenweit zurück in eine vergangenheit namens manuel heftig schüttel ich den kopf nein das kann nicht sein entsetzt sehe ich dem davonfahrenden taxi hinterher mein herz hämmert und jagt meinen puls in die höhe durch heftiges zwinkern versuche ich die bilder zu verscheuchen die sich aus der hintersten ecke meines gedächtnisses nach vorn zwängen nope ein älterer mann in altmodischer chauffeur uniform steht plötzlich vor mir tippt sich an die schirmmütze und zeigt auf das taxi hinter sich vor schreck lasse ich meinen koffer zu heftig los und er landet mit einem dumpfen aufprall im schneematsch brauche taxi der geist den ich eben glaubte zu sehen ist längst verschwunden und doch sind meine gedanken noch nicht ganz wieder im hier und jetzt taxi jo erst beim dritten versuch gelingt es mir den koffer aufzurichten meine finger sind zu steif gefroren um sie vernünftig zu bewegen geht's doch wem kärschte brauche hilf ich nicke dem taxifahrer zu er nimmt mir den koffer aus der hand und öffnet die hintere wagentür aufatmend steige ich ein wärme umfängt mich und es riecht angenehm nach den ledersitzen die tröstlich knarzen als ich mich zurücklehne und mich wieder auf die reihe bekomme so ein quatsch den ich mir da zusammenreime als würde ausgerechnet hier und nach hundert jahren manuell wieder auftauchen den kerl habe ich sowas von abgehakt den gibt es quasi nicht mehr ergo kann ich ihm auch nicht begegnen ich atme tief durch und lande wieder in der gegenwart oh tom der arme steckt ja noch in meiner jackentasche meine finger kribbeln vom warm werden während ich das handy heraus friemele zoderle wo gehst du der taxifahrer lässt sich in den fahrersitz plumpsen und dreht sich zu mir um mein freiburgerisch ist nicht ganz astrein aber vermutlich möchte der taxifahrer die zieladresse wissen moment vertröste ich tom am handy und gleichzeitig den fahrer und suche nach dem memo mit dem hotelnamen ihr dreht's dir nicht verständnisvoll nicke ich und suche weiter irgendwo müsste es doch stehen ah gefunden ich möchte bitte ins hotel bellevue mein hochdeutsch ist glasklar und unmissverständlich wobei mein französisch auch nicht von schlechten eltern ist wie man unschwer an dem wort bellevue hören kann ein anderes hotel als mit schöner aussicht kommt ohnehin nicht in frage der taxifahrer grinst schief und tippt sich wieder an die schirmmütze